Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Live-Stando Gaming und heute spielen wir wieder wie ihr sehen könnt an unsere Bus-Simulator 18. Ich habe ja, das letzte Video ist schon sehr lange her, sage ich mal so, denn ich habe ja die letzte Folge von diesem Spiel rausgebracht. Falls nicht, wird das wahrscheinlich jetzt die letzte Folge sein. Ich habe mir nämlich noch gedacht, komm, ich habe ja das neue Lenkrad, das Logitech G923. Und ich habe mir gedacht, komm, ich bringe doch einfach mal noch eine Folge davon raus mit diesem neuen Lenkrad, um euch zu sagen, wie sich dieses Fahrgefühl denn anfühlt mit diesem Lenkrad und nicht einem Billiglenkrad. Denn früher habe ich das ja immer mit einem Billiglenkrad gespielt, mittlerweile mache ich es jetzt nicht mehr, weil ich mir ja das neue gekauft habe. Ich würde sagen, wir drücken hier auch gar nicht, äh, schnappen hier auch gar nicht lange rum und drücken hier auf Fahrt starten. Ich hoffe, es leckt nicht, ne? Das ist ja auch ein Mitgrund gewesen, wieso ich dieses Spiel hier nicht mehr gespielt habe. Ja. Könnte natürlich tatsächlich wirklich diesmal an mir liegen, dass das hier rumleckt. Ich merke gerade, dass das Lenkrad funktioniert nicht. Liegt wahrscheinlich gerade daran, dass das hier nicht... Warte, kann ich Gas geben? Nö, kann ich nicht. Ach Leute, wir sehen uns gleich nochmal wieder. Einen Moment. Und... Warum ist denn jetzt schon wieder kein Sound da? Warte, 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 warte. Ach, bin ich blöd. Wie soll das eventuell rausstecken? Wie soll das eventuell rausstecken? Wie soll das eventuell rausstecken? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, ich hoffe, jetzt geht's. Jetzt hat's hier gerade gehübt. So. Mal gucken, ob ich dieses Spiel hier überhaupt in voller Länge spiele. Äh, hallo. So, ich will hier aussteigen. Wie geht denn das nochmal? Ah, so geht das. So. Warum wackelt der so? Egal. Ich hab schon wieder kein Game-Sound. Das war falsch. Äh, nee. Ah, so, jetzt. Okay. Dann einmal die Dürr. So. Dann einmal B. Dann einmal das. So, dann können wir auch hier Lows fahren. Irgendwas ist hier schon wieder mit dem Lenkrad. Okay, gut. Okay, gut. Ein bisschen weiter vorm müssen wir. Ich check grad nicht, wo man hier Scheibenwischern macht. Da. Eins, zwei. So. Ah, man kann nur einmal drücken. Okay, dann mach ich's halt einmal so. Wir werden auch wahrscheinlich nicht das Ganze hier spielen. Denk ich mal. Boah, das. Bremsen ist hier auch echt kacke. So. Okay. Wir fahren hier einfach mal dran vorbei. Jo, alles im grünen Bereich. Nichts ist passiert. Also, man muss schon sagen, es ist schon geil, so zu fahren mit dem Lenkrad. Oh. Man sollte eventuell auch nicht die Tür öffnen während der Fahrt. Aber so ist es ganz geil, ne? Also, hier, man kann perfekt hier reinlenken. Okay, jetzt nicht. Jetzt hab ich fast die Bordsteine mitgenommen. So. Aber es ist schon ein geiles Fahrgefühl. Ich spiel hier auch gerade auf den Stando Gaming, äh, YouTube-Account. Weil da haben wir ja früher immer drauf gespielt. Ich dachte mir. Also, es wird auf jeden Fall hier das hier die letzte Folge gewesen sein, denke ich mal. Weil es gibt ja auch schon ein 21. Also, Bustonator 21. Und das hier Spiel hier ist ja nicht mehr aktuell. Das werde ich auch jetzt weiterhin nicht mehr spielen. Ich mach das praktisch eigentlich nur auch als Überleitung, weil ich ein bisschen vorproduziere. Eine Fahrkarte bitte. Ich muss hier mal kurz. Alle Töne öffnen. Oh, sieh dir das an. Ist das nicht wunderschön? Woche, Standard, Drucken. Ja, so. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, kriegst du. Ich weiß nicht, wieso meine Maus hier gerade angezeigt wird. Ups. So. Äh, und jetzt zu. Das wollte ich jetzt nicht. 1, so. Okay. Weiter geht's. Ah, immerhin kann ich huben. Das war schon mal was Gutes. So. Okay. Hab ich jetzt hier eigentlich Licht an? Ah, jetzt hab ich Licht an. Geil. Hatte die ganze Zeit kein Licht an. So. Sorry, war nicht mit Absicht. Wir brauchen das Geld eh nicht mehr. Weil ich das Spiel ja eh nicht mehr spiele. Ich hab ja, glaube ich, irgendwas mit 200.000 oder so. Aber wir brauchen uns ja eh nicht. Von daher ist es ja nicht so schlimm. So, wir kommen jetzt hier auch gleich zur Westspeiche. Ich weiß gar nicht, in was für einer Stadt das hier spielen soll. Ich glaube, das ist einfach nur eine Stadt. Irgendwie nach denen. Ah. Haben Sie einzelne Waffeln? Nichts passiert. Alles im grünen Bereich. Ich weiß nicht. So. Zack. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Ich weiß nicht, die Werbepausen im Winter der Leidenschaft. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn's spannend wird. Danke. Oh. Das ist auch der Sinn an Werbung. Ach, Junge. Bitte eine Fahrkarte haben. Ich weiß nicht, ob du das kannst. So. Wieder zu, das Ganze hier. Ja, die hab ich auch gesehen. Nächster Halt. Nächster Halt. Sieh speichern. So. Ich hab letztes Mal LS22 gezockt. Ich hab das, glaub ich, schon mal gesagt. Und ich muss sagen, das ist geil. Oder, was fährst du denn einfach? Also, es ist wirklich ein geiles Spiel, ne? Also, was heißt Spiel? Ich meinte jetzt mit Lenkrad, weil ich hab das Spiel natürlich schon. Wer hat, aber mit Lenkrad hab ich's gespielt. Und es ist wirklich geil. Ups. Ich hab die Tür wieder zugemacht. Geil. So. So, hier vorne kommt der nicht rein. Die, die jetzt hier rein wollen, haben Pech. Ich fahr jetzt weiter. Ups. So, Stockerplatz. Willkommen. Warum regnet's jetzt hier eigentlich? In echt, hier scheint grad die Sonne. Egal. So, wir geben hier gerade ein bisschen Gas. Aber jetzt ist gemerkt, dass wir hier rein müssen. Macht aber nichts. So. Hallo, jetzt bleib doch mal stehen, du blödes Ding. So. Alle Mann rein. Reun, ihr Manikans. Eine Fahrkarte, bitte. Joa, aber sicher doch. Hallo. Danke. Bitte. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Boah, warum muss ich denn jetzt hier doppelt draufdrücken? Danke. Bitte. Ich brauche eine Fahrkarte. Ah, hier ein bisschen öfters draufdrücken, dann passt das schon. Hallo. Ah. Hallo, ich will die 10 drücken. So. Aber man merkt schon, dass dieses Spiel einfach nur verbuggt ist. Egal. Bauer. Schön stehen bleiben. Oh Mann. Zum wieder hier gehen. Miest. Ey, da ist mein Kollege. Moin. Moin, Kollege. So. Ja, ja, das Wetter ist sehr schön. Leute, falls ihr irgendwas hört, oder das ist tatsächlich, weil ich zu tolle auf mein Lenkrad hier tippe. Tschüss. So. Nein. Kann ich bitte eine Fahrt haben? Nein, du kannst gar nichts haben. Lass mich fahren. Wir fahren. Boah. Ich hab immer die Tür zugemacht. Mann, jetzt hör auf hier die ganze Zeit. Danke. Bitte. So, wer blockiert hier diese scheiß Tür? Niemand. Na klar. Na klar. Hier. Klar. So, hier kurz ne Katzrolle. Hier. Na klar. Na klar. Hier bitte. Mann, warum habt ihr denn alle hier ne blöde Fahrkarte? Will mir Geld kriegen. So. Was soll ich mal noch zumachen? Zack. Hier raus aus dem Haus. So. Hallo. Nicht hier rennen. Ist erst mal direkt angehoben. So. Ich weiß nicht wieso, aber es ist tatsächlich ein OBS. ein bisschen überbelichtet, das Spiel, als hier bei mir. Also nicht wundern. Ah. Ja, eingepackt würde ich sagen. Gute Heideposition. Ja, ich weiß ja nicht, ob das hier so eine gute Heideposition ist, ne? Also. Hallo? Bist du irgendwie... Ist der Michael Jackson oder was? Moin, Michael. Hier. Das sieht, glaube ich, nicht so normal aus. Joa. Klar. Wir fahren weiter. Beziehungsweise, Leute, ich will sagen, das war's, Alter. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut aus dem Video von meinem Discord-Sort vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Das hat noch mal gesagt. Haut rein, Leute. Ich bin Alexander. Ciao. 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 Ciao.